Einen wunderschönen Mittwochmorgen, 4.95 Uhr mit dem Surfbericht. Die Bedingungen sind heute wieder offen. Gibt es Warnungen vor einem unerwarteten Meteoritenschauer? Möglicherweise werden Meteoriten in Küstennähe ins Meer stürzen. Ein kleiner Schwarm von Meteoriten wird möglicherweise in die Erdatmosphäre eindringen. Wissenschaftler arbeiten daran, die Ursache herauszufinden. Mit der Evakuierung ist bereits begonnen worden. Soeben sind zwei oder drei Meteoriten eingeschlagen. Oh mein Gott, wenn ich das richtig sehe, dann kommen da schattenhafte Gestalten auch uns zu. Sie sehen so unnatürlich aus. Lukas, halt bitte weiter drauf. Wenn man ein Gebiet annektiert, um seine Ressourcen auszubeuten, muss man die heimische Bevölkerung ausrotten. So wie es aussieht, sind wir soeben kolonialisiert worden. Es bestehen keinerlei Verbindungen mehr zu Tokio, Rio und New York. Wir dürfen Los Angeles nicht verlieren. Was zum Teufel ist das? Rass auf, rass auf! Wie viele Personen? Fünf Verwachsenen, drei Kinder. Da sind noch mehr Zivilisten. Der Platz reicht nicht. Wartet! Kinder! Da sind noch mehr Zivilisten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017